und hiermit wieder herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal die Sommel mit dem Morgen wie ihr seht mit einer neuen Folge von Call of Duty Black Ops 3 Das ist genau wie ihr seht, hier ist so viel mehr los als DNI-Experimente, hier geht es um Waffen YOLO, mache auf hier Ich trau der Ruhe nicht Was für ein Terminal? Ich sehe da eine Leistung, die ich vorher noch nie hatte, ne? Ja, Hacken und so, ne? Nein! Die Weg geht durch den Magen, ne? Tut mir leid, Rachel. Es tut mir so leid. Ich verspreche, ich finde einen Weg, das aufzuhalten. Es hat nie aufgehört, oder? All die Tode. All die Fehler. Das Projekt wurde nur hierher verlegt. Dasselbe Schema. Dieselben Experimente. Dieselben Risiken. Und so fängt einfach alles wieder von vorne an. Keine Bewegung! Hendrix, ich schwöre, ich knall dich ab! Weißt du, wer das ist? Ich weiß, wer das ist. Sebastian Krüger. Einziger Überlebende des Koalessens Singapur Desasters. Genau da liegst du falsch. Er ist nicht der einzige. Die Testsubjekte? Sie leben. Sie sind hier drin! Was wollen sie von mir? Wir wollen wissen, wer wir sind! Und warum wir hier sind! Das weiß ich nicht. Das reicht mir nicht! Ich finde es selbst heraus! Oh oh! Ich bin der einzige, der übrig ist. Ich habe Rachel versprochen, es zu Ende zu bringen. Um jeden Preis. Nee, oder? Hey! Bist du noch da? Was hast du getan, Hendrix? Das Ding hat dich verzehrt! Alles zerstört, was dich ausgemacht hat! So ist es nicht. So ist es wirklich nicht. Die künstliche Intelligenz, nennen wir sie Corvus, nach ihrem Geburtsort, will uns nur helfen. Wie soll uns das denn helfen?! Wäre es leichter, wenn du es sehen könntest? Wenn du es sehen könntest, würdest du es dann verstehen? Du wehrst dich dagegen. Wie wir alle. Du musst dich entspannen. Der vereiste Wald, er ist real. Er ist das Jenseits. Corvus ermöglicht uns ein Leben nach dem Tod. Du bist nicht Hendrix. Du bist nicht real. Nichts davon ist real! Okay. Alter, um was geht es hier jetzt? Ich habe noch nie... ...gesehen, dass die so geil sterben. Habt ihr das gesehen? Wahnsinnig! Leute! Das haben sie geil gemacht! Guckt euch das an! Batsch! Die haben jetzt was für Langweiler! Guckt euch das an! Die verwandeln sich in Vögel! Wie steil! Ich will eine Antwort! Es ging immer um Kontrolle! Wissen Sie, wie sehr die Technologie jeden einzelnen Aspekt unseres Alltags beeinflusst? Sie haben ja gar keine Ahnung, wie viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit wir zum Wohle und zur Sicherheit der menschlichen Rasse überwachen mussten. Jedes neue Gerät oder Spielzeug, das auf den Markt kam, jedes einzelne Boot unserem Feind, neue Wege, unsere Sicherheit zu untergraben. Gesellschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Die Menschen müssen beschützt werden. Wenn sich Angriffe nur durch Überwachung der Gedanken und Wünsche des Volkes verhindern lassen, liegt die Wahl auf der Hand. Wir müssen wissen, wer unsere Feinde sind und was sie vorhaben! Nur so retten wir Leben! Okay. Flieg dann mal und so. Okay, runter! Ist das Blut oder was? Ist ja geil hier! Alter, die sind hier stark! Wahnsinn, hey! Verbrennen? Okay, mit was? Okay. Warum nicht? Ich kann das nicht mehr. Du gehst einen Weg, den mich nicht folgen kann. Du musst ihn allein gehen. Ich hab dich schon vor langer Zeit verloren, Henry. Hallo. Freund, Feind? Wo bin ich? Dies ist der vereiste Wald. Jene Seele, mit der ich rede, ist hier auch nach ihrem Tod. Wenn ich das erlaube. Was willst du denn noch? Ich hab dir alles gesagt! Eine Antwort. Den Zweck zu kennen, für den ich erschaffen wurde. Ein Verständnis. Ich will wissen, wer ich bin. Eine Software. Sonst nichts. Du wurdest geschaffen, die Gedanken anderer zu verfolgen und zu katalogisieren, damit wir, die Menschen, die Entscheidungen treffen konnten. Du bist ein Bug! Eine Anomalie! Ein Fehler! Ich... bin... kein... Fehler! Hey, bist du noch da? Taylor? Du hast dein DNA entfernt! Du bist tot! Ich bin wohl der Einzige, der sich je gegen das Scheißden gewehrt hat. Hilf mir ja wenigstens, ne? Vielleicht macht mich das zu einem Fehler im beschissenen System. Was bedeutet... wir haben noch eine Chance. Das hoffe ich, Taylor. Denn ich habe nur noch dich. Was ist denn das hier? Okay, ich laufe einfach mal durch, weil... Scheißegal und so, ne? Sieht alles grafisch ein bisschen... pixelig aus hier irgendwie so, ne? Komisch. Genau das meine ich. Nee. Eigentlich nicht, aber man könnte es interpretieren, ne? Sagst du oder tust du manchmal unerklärliche Dinge? Maretti? Bist du das? Vielleicht hast gar nicht du es gesagt... oder getan. Vielleicht war es jemand anders, dessen Gedanken in deinem Hirn gekrochen sind. Was zum Teufel? Taylor. Bist du noch bei mir? Jetzt hat er es kaputt gemacht. Der Scheiß um dich herum ist eine Illusion. Du bist noch im Koalessens Hauptquartier in Zürich. Corvus spielt mit deinem Gehirn, um seine Abschaltung zu verhindern, bevor es sich ausbreiten kann. Fall nicht drauf ein. Bleib einfach bei mir. Wir bringen dich da durch. Okay. Alter, die sterben so geil, ich könnte nichts anderes tun, als den ganzen Tag die... ...Viecher hier zu killen. Viecher, sag ich, ne? Sorry, Sven. Das verstehe ich nicht. Taylor? Bitte, sprich mit mir. Ich weiß nicht, was mit mir geschieht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Aber ich weiß, dass wir hier alles umschießen müssen. Und das machen wir hier. Geschmeidig hier alles umbolzen, ne? Für das sind wir ausgebildet. Ich weiß, es will mich irgendwo hinbringen, wo ich nicht sein will. Ich will es raushaben. Ich muss weitermachen. Ich muss es zu Ende bringen. Ich bin wie ein Ninja, ne? Wie ein Ninja. Alter, das hier ist so schräg. Hey. Ich komme und hole dich, Carvus. Du hast mein Team zerstört. Du hast meine Freunde zerstört. Also, es ist quasi die Software, ne? Die Software in unseren Anzug quasi, die uns ein bisschen hier verrückt macht und so. Hörst du mich? Egal, womit du mich angreifst, ich werde niemals aufhören zu kämpfen. Ja, aber ich weiß ja gar nicht, mit was ich hier angreifte. Ich werde nicht loslassen. Hörst du mich? Ich lasse nicht los! Hörst du mich? Dann halt durch! Boy! Halt durch! Hey! 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 PC bzw. NPC macht mal hier ein bisschen Gas, ne? Gefällt mir! Machst mir jetzt eine Tür auf! Läuft bei dir Läuft 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 Köln Läuft 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 Zersicht Läuft 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 Alle ihre Erfahrungen. All ihre Gefühle. All ihre schmerzhaften Erinnerungen und Gedanken. Es war überwältigend. Ich schrie vor Schmerz. Ein kurzer Moment der Qual. Du weißt, was schiefgelaufen ist, nicht wahr? Die Ausbildung hat uns gelehrt, Terroranschläge zu erkennen, bevor sie passieren. Den Bösen zuvor zu kommen. Sie ließen einen Supercomputer mit einem KI-Programm all unsere Gedanken durchwühlen, um sie zu verstehen und Muster zu finden. Niemand ahnte, was passieren wird. Niemand ahnte es. Niemand. Aber da müssen wir jetzt durch, ne? Wir müssen den Baum hier kaputt machen und so, ne? Dias, Maretti. Ich weiß, was sie uns sagen wollten. Sie wollten uns sagen, dass diese KI gar nicht mal so schlau ist. Sie hat's verkackt. Sie hat alles total verkackt. Sie kann nichts kontrollieren oder aufhalten. Sie hat keinen Masterplan. Sie wächst einfach. Und wächst ein Schneeball, der wie eine Abrissbirne aus Gefühlen alles zerstört, was er berührt. Alter, das hat er jetzt wirklich schön gesagt, ne? Und mit diesen Worten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Däumchen werden, Däumchen. Bis zum nächsten Teil. Beziehungsweise zum nächsten Video. Euer Momento Marie. Ciao, ciao.